Ja, hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu meinem Reaktionsvideo auf die neue Männlichkeit. So, und zwar habe ich da einen Artikel gesehen, die Revolution der Männlichkeit. Und ich will da nicht so sehr drauf eingehen. Und zwar geht es letztendlich darum, hier, klar können Männer sich schminken, hohe Schuhe tragen, hübsch sein. Und hier, und das soll natürlich als Vorbild hier, markier doch, hier steht auf jeden Fall Vorbilder in Sachen, aufgelöste Geschlechterrollen, dies, das. Also, einerseits ist das eine Sache, ob man Menschen sagt, man soll Menschen akzeptieren, oder ob man sowas jetzt als neues Vorbild den Menschen vorsetzt, wisst ihr? Und, andererseits so, Toleranz ist so ein zweischneidiges Schwert, ich finde das irgendwo auch geheuchelt, weil, guck mal, wenn eine Frau irgendwie komisch rumläuft, lästert jede Frau über die Bauch, guck mal was die Hand hat, guck mal was die Hand hat, guck mal was die Hand hat. Aber wir Männer sollen sagen, ja, wunderschön, 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 alles gut, oder was? So, man kann auch sagen, ja, leben und leben lassen, so. Aber, wisst ihr, ich habe aus meinem Freundeskreis sogar Menschen gesehen, Alter, die denken, die wissen nicht, ob die Erde eine Scheibe ist, oder ob die eine Kugel ist. Also, zu viel Toleranz, wie gesagt, da driften die Menschen ab. Also, letztendlich geht es auch darum, wirklich, was man Kinder für Vorbilder vorsetzt. Entweder richtige Männer, oder sowas, geschlechtsneutrales halt. Und, ja, ich finde das nicht gut. Ups, Video irgendwie abgestürzt, naja, ich finde das wirklich nicht gut. Gut, ich meine, ich kann die Kritik an so traditioneller Männlichkeit von der Seite verstehen, wenn man jetzt anfängt, Frauenscheiße zu behandeln. Aber, anstatt, dass man beides kombiniert und sagt, richtige Männer, die aber ihre Frauen gut behandeln, will man stattdessen die Männlichkeit abschaffen, so, das ist Bullshit. Deswegen, seid richtige Männer, behandelt eure Frauen gut und fertig, auch so.